Die Menschen neigen zunehmend dazu, sich selbst zu vermarkten, weil sie daraus einen Nutzen ziehen. Wenn sie Bestätigung bekommen, spüren sie, dass sie leben. Unter unserem Vertrauen. Hast du bei dir selbst abgeschrieben? Mein Held ist nicht ich, mein ich bin viel schlimmer. Seit sieben Jahren keine einzige vernünftige Zeile. Was ist dir wichtig im Leben? Haben Sie keine Angst davor, eines Tages nur noch ein Schatten? Der ist groß und Bock, da noch zu sein. Die nächste Frage, bitte. Sie brauchen übrigens noch ein Geschenk für Dasha. Welche Dasha? Ihre Tochter. Weißt du überhaupt noch, welcher Tag heute ist? Niemand liebt den. Er sich selbst auch nicht. Entschuldigung, wer sind Sie? Bogdanov Vladimir. Bogdanov ist bereits zu Hause. Siehst du nicht, dass das nicht ich bin? Wie meinst du das? Er hat überall meinen Platz eingenommen, aber das bin nicht ich. Halt! Was will dieser Psycho von mir? Wer da? Der. Was wollt ihr von mir? Er ist hundertmal besser als du. Mir soll keiner zu nahe kommen! Wie soll ich denn beweisen, dass ich der echte Bogdanov bin? Und wieso glauben Sie, Sie wären der echte? assierin in der ersten 1942- autonomousова Ich schwöre bei uns in dieser United-Wat duel imsemblykevin den USA! Das ja auch nicht, was er born sichерb elect fridge,